Hallo und herzlich willkommen bei friss oder stirb hier bei ProState Let's Plays und einer weiteren Folge Battlefield 1 hier auf der Map bei Festung von Favre Ich spiele den Sniper mit SMLG oder wie auch immer heißt Und wir beginnen direkt mit einem guten alten Headshot und meine Kugeln treffen mehr zu viel verlangt aber die sind ja auch Ich sag gar nicht so so Die kommen halt hier irgendwann mal hochgelaufen Und wenn die das in Waffen die sind die sind die sind die sind die sind Die sind und ich die sind die 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 Weil ich brauch Stunden um über den Sandsack drüber zu kommen und im Bajonettangehäuch geht das ja richtig locker blockig aus der Hand. Jetzt kommt man sich die Säcke. Alter, guckt euch den Fuck an. Wirklich mein Schwanz. Markiert doch die Hansis. Hier geht wieder gar nichts. Das ist ein soviel Kill wie möglich. Mach das Spiel. Oh! Emil erobert. Nice, man. Oh, oh, oh. Es gibt mit mir keiner dorthin, zufällig. Oh, 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 oh. Schau für den Schick. Reise um Riosaleme, leg mich am Arsch. Der Riosaleme war schon wieder Krämpel im Sack. Reise nach dir, Riosaleme. Fick dich. Ja, und er geht, das ist immer so bei Battlefield, er geht immer einen Schritt nach links, wenn ich abdrücken will. Unglaublich, unglaublich. Ja! Oh, komm mal! Oh, das ist ja klar! Das ist ja klar! Oh, das ist ja klar! Wie ist denn so? ist das spannend außer dass ich Munition brauche oder mal sterben sollte ich gehe ab wie ein schnitz ich raus echt nicht ein gutes hat sich ich habe wieder Munition wir verlieren Einsatzziel Bertha oh ja gibt Waffe die Waffe die Waffe die Waffe die Waffe oh nein ich treff gar nicht was ihr guckt euch diese Idioten an ne oh geil jetzt habe ich einen dicken fetten Schuss aus so einer Entfernung gemacht ich bin so pro das lustige dabei ist wenn sie noch verlieren dann hat das dem einen Scheiß gefahren wir haben Einsatzziel Gustav verloren was auch ja der stirbt Doch! Vielleicht habe ich Merkels mit dem Frommer gemacht, als mit dem verpackten Scharfschützen. Warum steht da ein Rückzeug? Hä? Wir haben Einsatzziel Gustav erobert. Ähm... Nein, das hat auch nicht... Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Der Motorräder. Dieser Scheißdingel. Bewegt deinen Scheiß Arsch daher! Ohne Witz! Ich glaube ich habe einen guten Moment der Biss. Das ist doch wieder unglaublich 99 damage wieder kein sturmsoldat da oder da sturmsoldat das ist mit diesen behinderten scheiß sanitäter los da der einfach nur dumm rumsteht wir haben einsatzziel friedrich verloren wie habe ich dann 152 damage gekriegt wahrscheinlich die kugel einmal durchgegangen oder das wird so schön gewesen wenn die in den kopf eingegangen werden sollte aber nicht das war nice oder das war nice delicious da ging mir gerade einer ab jetzt muss ich sagen auf der map wird nicht mehr so oft gesnipert da geht da geht da geht da geht da geht da geht da 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 wir haben einsatz ziel albert erobert ich glaube das liegt am essen dass ich auch immer so gut bin da ein feindliches grabnaut ist unterwegs da wir haben einsatz ziel wir haben einsatz ziel wenn da wir haben im der im der will mich der will mich Ein feindliches Dreadnought ist eingetroffen Die ist aus dem schlechten Horrorfilm Wollte gerade nach dem Löffel greifen Wir haben Einsatzziel Emil erobert Wir haben das Einsatzziel Albert Verlust Oh fuck ey Ich hab nur noch diesen komischen Hitlergruß gesehen Und dann ja Mal lieber D Sagen was schlimm ist Wir haben Einsatzziel Emil verloren Wir haben Einsatzziel Gustav erobert Wir haben Einsatzziel Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren Keiner da Wir haben Einsatzziel David erobert Wir haben Einsatzziel Berlust Wir haben uns Wir haben uns Wir haben uns Wir haben uns hmmm 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 Das war aber uncool. Oh, ist er tot? Dann kann man lieber jeder hier hin. Die ganzen Teckenschützen da runter. Guck mal, wie die sich in die Hose scheißen, sobald die die trifft. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Wir haben Einsatzziel Werther erobert. Was für ein Käse, alter. Was für ein Käse, alter. Jetzt kacke ich wieder ab. Kommt schon. Ja klar. Na klar. Vor allem, weil ich in Bewegung war. Leck mich am Arsch. Jetzt! Guckt euch den bug an schon wieder. Da kriegst du grad schon wieder das Kotzen. Und das war halt auch mein Risiko, sag ich jetzt mal. Ja, jetzt machen wir den Dreadnought glatt. Ja, jetzt machen wir den Dreadnought. 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 Ja, jetzt machen wir den Dreadnought Ja, jetzt machen wir den Dreadnought. Ja, jetzt machen wir den Dreadnought. Ja! Das war's für heute. Ah, ist das nicht ehrig. Dass ich dafür nicht gewürdig werde, dass ich das Ding versenkt habe. Wir gewinnen. Da hat man natürlich auch sowas unter den Linsen. Wir haben Einsatzziel Zelsa verloren. Was? Na klar. Deine Mutter schwitzt beim Kacken, Alter. Da hat man so wenig Punkte gemacht. Aber ich... Das ist ein zerstörtes Feindfahrzeug. Interessant. Mann. Punktestand. 8.28 gilt. 11. Das ist eigentlich noch in Ordnung, aber viel zu wenig Punkte gemacht. Ja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn ich Battlefield einspiele, gebt mir ein Like für das Video. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Leute, haut rein. Ciao. Ciao.